hallo der Hedgeherde, kommen wir zurück zu einem Video und zwar L.S. Schauen wir mal, warte mal, einen Moment, das möchte ich gerade nachschauen, es tut mir sehr leid, dafür, aber wenn es diesen Trasher gibt, ja, gibt es, gut, wir fahren diesen Trasher verkaufen, äh, weil, hey, ich hab da was geiles im Deck, das will ich haben. So, eigentlich nicht so scheint es zu halten, hat es ausgedacht von der X9, den gönnen wir uns mal. Hey, ganz im Ernst, die X9 war cool, aber der X9, der King auf den Straßen ist sowieso, aber haben wir wieder ein bisschen Geld verschwudert, glaube ich, aber ich weiß nicht genau. So, das sehen wir schon, behaupten, na, ich mache eine klitzige kleine kleine Kart rein, den Drescher und rein, Kampffner erzählen, erzählen wir uns wieder, so, genau, soll ich schon sagen, bis jetzt noch gleich wieder, bis kurz. So, willkommen zurück, ich habe die versprochen, zwei neue Drescher draufgenommen, aber die S-Serie sieht auch mega geil aus, muss ich schon sagen, schön heiß, gerade mal den Wattlaufwerk, habe ich schon gerade mal nur gegruckt gehabt, einmal für diesen Preis, unbezahlbar, und dann, habe ich ja, wie ich versprochen, also, dieser Korn-Tag ist natürlich ein Aures Interesse, muss man nur sagen, ist eine amerikanische Maschine dann, 27.000, 27.000 Liter, natürlich maghaft, aber, wenn, wenn, die deutsche Ausführung, natürlich schon mit dem, großen Motor, gefällt mir sehr gut, ich sage mal, ne, auch mit Bandlaufwerk, ich habe jedenfalls ja, der Schnorcker aus, wenn, ne, Deluxe Lights Premium Demos Sticker, yes, ja, nehmen wir, äh, Warnaufkleber, nehmen wir auch in welcher, äh, auch nehmen wir die, achten, oh, Wow! Houston, na aber ein Problem, haben kein Geld mehr drin, Anfang… Was ist denn hier? Ah, da ist der Überleum Gearbox. Und Bergwahn genauso wie schon vorgestellt, auch ich habe noch ein anderer mitgegangen genommen, und das kleiner den hier, ja, ja auch schnick aus zwischen bauten aber ich kostete von x9 schadet der schadet dabei e das r dem halt aber scheiße geboren so egal ist halt ein bisschen geld machen ist genau probleme 800 locker zusammenkommt das wird der martin so der wir wissen es ist darum jetzt einen kleinen katholsch es kommt was alle minimal es ist ein bisschen misskönnen Ja, jetzt ein Mist kann man runterbringen. Erstmal das Problem bei der NLF, also... Problem hört sich jetzt falsch an, aber... Hab ich also ungerne Vorspiel über den On-Must was du tun hast. Eigentlich. Was hätte ich alles noch im Grenzen? So. Wo gibt's denn für den Kletterer Dutch den besten Preis? Sehr genaue Scholle. Also Heringen und Krabben können wir mitnehmen. Schaut euch mal an. So. Hatte aber gesagt, hey, ein Krabben, gell? Das hab ich vergessen. Ja. Ne, ein Krabben. So, der Beta hab ich auch wieder richtig reingemacht. Dass der mal fertig wird, weil der ist wieder in dem gewachsen. Tolle. Krabben. Oh, zäh, Krabben. Ja. Und ich dachte... Wir könnten für 600 K... Äh... Locker... Einen Drescher kaufen. Und... Einen Überladewagen. Aber irgendwie... Wir wollten ja eigentlich schon... Ffff... Kartoffeln, ey. Üben würde auch noch ein paar Ofen. Ah! Mano! So! Edeka, gell? Ja, genau. So! Fahr mir in mein... So dann zum... Hof! Das heißt natürlich, dass ich vielleicht ja auch noch am Keh... Wie der Durstling läuft. Aber... Äh... Proben haben wir schon ein bisschen... Kann ich jetzt mal so eine kleine... Wiederstory erzählen. Der UJ Gamer ist ja hier auf TeamSpeak. Das ist mir wieder lustig. Und er sagt, ich geh kurz... Was... Frühstücken... Oder... Essen... Also ich kann ja... Das ist ja nicht gelogen. Er isst gerade Essen. Der UJ Gamer hat kommen. Dauert ja eigentlich nicht allzu lange. Wenn ich nach 15 Minuten das UJ Gamer hat kommen. Ich starte die NFMarsch. Wenn er da nicht da ist, dann nehme ich einen Aufwand. Er hab echt gehabt. So! Und jetzt wird der Weile immer noch weg. Ich seh es auf meinem zweiten Monitor. Äh... Er isst sage und schreibe. Er is wieder weg. Ich will halt kurz... Eine halbe Stunde kurz frühstücken gehen. Okay. Weiß nicht. Na, braucht ihr zum Frühstücken? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Grüße gehen da nicht raus. Ich will gerne mal, wenn du es siehst oder hörst. So. Ab 40 Stunden. Das ist nun schwer hier. Der Zug. Na gut. Eigentlich wissen wir jetzt schon. Mit Flüssigdingern. Mit 2. Du und Kompassies. Die die A2K zusammenkommen. Der JCB ist ja auch. Weil der auch Holgers. Also eigentlich. Das ist 200K gar nix. Also klar. Auf vielen Maps ist das schon einiges. 200K. Ehm. 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 Weil wir so keine Produktion haben. Das ist schon relativ. Ich würde jetzt sagen schwer. Aber dauert halt relativ lange. Bis du da mal. 200K zusammen. Ehm. 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 Jetzt aber noch ein bisschen was mit hier. Ehm. 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 Spaß. Und es. Knädet er wieder um. Da sein gewisses. Chilo voll ist. Was er dann wirklich auch voll ist. So. Nehmen wir heute noch die 200K zusammen. Dann kaufe er. Gucken wir mal. Ob er die Tees hat oder nix war. Andresche kaufen. Also mit dem X9 ist halt schon. Der King so. Da kann der. Lexikon oder sowas mal anpacken. Das ist aber so geil. Weil beim JCB das ist so schnell. Und das halt für einen. Schlepper. Das ist halt schon geil. Aber ein Esch brauchst du halt dafür. Äh. Für den. Kühlführer schon. So. Äh. Da bist du erst. Jung. Und der ist mit fertig. Jung. Hat auch langs. Nur geht auch weiter. So. Müll. Können wir auch wegfahren. Also. Diago. Das läuft schon alles. Das ist halt schon voll aus. Was du noch machst. Tja. Warumst du denn. Ach so. Sunder musste der links abbiegen. Okay. Hab nichts gesagt. Das ist ja eh gar hier in den Gruppen, was hochgerufen ist. Okay. Guck mal, ist das schon. So, flüssig, lieber. Kann man freiweisen? So. Ups, da muss ich halt kurz zunächst. So. Ihhh, du hast ne Reifen, nix. Äh, genau. Ja, letzte Bahn. So, jetzt müsste da der Jaycee. Da muss ich zuteln. Eine Brücke oder was? Da, genau. Äh, z, u, e, p, n, u, e, p, n, u, e, p, n. Und alle zurück. Elektriere mit der Tour. Die 8.9k zusammen. Oh. Mh, nee. Es sah nur so aus, was... Das ist weg. So, aufgeblebt dort. Ne, gut. Auto und Kay bekommen ja jetzt locker mit dem Flüssigdünger Verkauf zusammen. Ob es für Standwerk und Standtagsteilung reicht? Weiß ich nicht. Das ist alles da drin. Perfekto. Ups. So. So. Berghauspunkte. Wir müssen auf dem Reihe weisen. Genau. Ja gut, wir können den jetzt ja gebraucht kaufen. Aber. Ne, ne. So. Lass mal. Kompass bringt auch wieder ein bisschen was zur Not. Also, nicht zur Not. Kann man ja noch Milch, wo wir wegfahren können. Ich finde es eine Ahnung. So können wir mal kurz gucken, was halt... Die Hühnerproduktion... Was spricht die denn? Gut. Luftpaletten 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 was ist das? und ja dann kann man die hin, weil du kannst mitnehmen ne ne ist er nicht so So. Genau. So. Jetzt hab ich ja vergessen. Die Dicke? Ja. Ich hab ja irgendwo in einem B-Trag. Ich weiß nicht wo. Doch nicht da? Okay. Ah, da ist er! Bleiben Sie hier stehen! Verbrechen lohnt sich nicht. Du bist fertig. Alles gut, guck mal. So, jetzt geht's nochmal wieder das Theater los. Wo komm ich mit? Ja. Genau da. Oh, da sind wir jetzt auch noch größer. Nein, da wollte ich ja gerade. Gut, das dauert noch ein bisschen. Du bist voll. Ja. 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 Was ist das? Ja. 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 So, verkaufen einmal, frische Heier, und frische Hühnern. So, Verkaufspunkte, die, wie, was sieht die Schulen an? Genau, so, Alter, das hat dir gut Geld gebracht. So, jetzt den Dreschel wieder zusammenstellen, und dann kaufen wir den dann. Aber, Freunde, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, wenn ihr euch ja verheiratet, lasst euch den Däumern, ich hoffe, ihr warst jetzt vorbei, bis dann mit bei den Shows und, und, tschau. Bis dann!